Grüß dich, ich bin's wieder, der Stefan aus Südtirol. Wir stehen daheim bei Missourina See im Hintergrund, wir sind auf 1756 Meter, der See ist 1 Kilometer lang, 300 Meter breit und der tiefste Punkt ist 5 Meter. Jetzt haben wir gerade in Missourina See umwundet. Das ist ein ganz tolles Panorama, eine ganz tolle Atmosphäre und so richtig schön da. Wir lassen ihn jetzt langsam wieder homewärts und wir liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Fiat Dank!